Die zwei Bücher Samuel und die Vorbilder darin In der Bibel gibt es viele Vorbilder, Gute und Schlechte. Von beiden können wir etwas lernen. Dazu ist es wichtig, dass wir selber ein reines Herz und eine gute Einstellung haben. Wenn ich selber das Böse liebe und Böses tun will, dann werde ich auch in der Bibel Menschen finden, die meine Neigungen bestätigen. Und es gibt viele Menschen, die ihre Sünden damit entschuldigen, dass es noch schlimmere Personen in der Bibel gab als sie. Aber die Bibel gibt uns nicht nur gute Vorbilder, sondern auch schlechte, denen wir nicht folgen sollen, sondern die uns als ein abschreckendes Beispiel dienen und an denen wir die Konsequenzen der Sünde sehen können. Die Bibel zeigt aber vor allem den Menschen so, wie er ist, mit seinen guten Seiten und mit den schlechten. Und wenn ein Gottesmann sündigt, dann brauchen wir das nicht zu vertuschen. Wir sehen uns heute in unserer kurzen Einführung in die Bibel drei Persönlichkeiten aus dem ersten und zweiten Buch Samuel an. Das ist einmal der Prophet Samuel, dann der König Saul und der zukünftige König David. Um diese drei Menschen geht es hauptsächlich in den beiden Büchern Samuel. Alle drei waren Männer, die von Gott berufen waren und einen entscheidenden Einfluss auf das Volk Israel machten. Es waren die Führer des Volkes. Alle drei hatten einige hervorragende Eigenschaften, die für jeden Christen wünschenswert sind. Aber sie hatten auch Fehler und Schwächen, die weitreichende Folgen nach sich zogen. Auch von diesen Fehlern können und müssen wir lernen. Wer die Fehler der Vergangenheit nicht erkennt und daraus lernt, wird nicht weit in seinem Leben kommen. Doch nun zu unseren drei Männern. Der erste war Samuel. Dass dieser Mann überhaupt geboren wurde, war schon ein Wunder. Seine Mutter konnte nämlich keine Kinder bekommen. Sie lädt sehr darunter, denn es war eine Schande, in Israel keine Kinder zu haben. Eines Tages, als sie gerade mit ihrem Mann im Tempel war, betete sie ganz entschieden zu Gott um einen Sohn. Als Antwort darauf wurde Samuel geboren. Aus Dankbarkeit für die Gebetserhöhung und aus Treue zu ihrem Gelübde brachte Hannah ihren Sohn, als er vielleicht sechs Jahre alt war, in den Tempel in Silo, wo er dem Priester Eli dienen sollte. Samuel war ein erbetenes und gottgeweihtes Kind. Es wuchs zur Zeit der Richter auf. Das bedeutet, zu einer Zeit, wo es in Israel wirtschaftlich sehr schlecht ging. Immer wieder fielen die Feinde ins Land und raubten das Volk aus. Auch politisch gesehen ging es nicht gut in Israel. Da war kein Zusammenhalt unter den Stämmen, keine starke Führung, jeder tat, was er für richtig und nötig hielt. Ebenso war es auch auf moralischem und religiösem Gebiet. Ein jeder Tat, was ihm richtig erschien. Einige beteten die Götzen der Heiden an und dienten ihnen, andere wandten sich ganz von der Religion ab und wieder andere lebten streng nach Gottes Geboten. Es gab aber wenige geistliche Leiter im Land und Gott schwieg zur Zeit der Richter. Samuel wurde im Tempel erzogen und lernte Gottes Gesetz und Willen schon früh kennen. Bald kannte er nicht nur das Gesetz, sondern er war auch von ganzem Herzen bereit, dem Herrn zu folgen. Das war nicht bei allen Priestern so. Jedenfalls begann Gott wieder zu den Menschen zu reden. Zuerst zu Samuel und dann durch ihn zu dem ganzen Volk. Die Persönlichkeit des Samuel ist nicht leicht einzuordnen. Er war eines Teils noch ein Richter, das heißt, er richtete das Volk, indem er Recht sprach und Streitigkeiten schlichtete. Samuel war aber auch ein Priester. Seit Eli tot war und Gott dessen Söhne verworfen hatte, brachte Samuel die Opfer im Tempel, belehrte das Volk über Gottes Gebote und vermittelte zwischen Gott und Israel. Das waren typische Aufgaben des Priesters. Andererseits war Samuel aber auch ein Prophet. Gott redete durch ihn und ließ seinem Volk Offenbarungen durch ihn zukommen. Im Allgemeinen rechnen wir Samuel jedoch noch zu den Richtern. Er war der Letzte der Richter Israels, aber er gehörte auch zu den Propheten und könnte als einer der ersten Propheten Israels angesehen werden. Jedenfalls wurde das Volk durch die persönliche Hingabe, Treue und Frömmigkeit dieses Mannes geprägt. Es war sein persönliches Verhältnis zu Gott und sein vorbildliches Leben, das in Israel zu einer geistlichen Erweckung führte. Die zweite Persönlichkeit war Saul. Er war der erste König Israels. Das Leben Samuels ist mit dem Leben Sauls verwoben und verfluchten. Als Samuel nämlich alt wurde, war das Volk um einen Nachfolger besorgt. Aber da war keiner, der das Amt Samuels hätte übernehmen können. Darum rief das Volk nach einem König. Sie hatten die Monarchie bei ihren Nachbarvölkern gesehen und es schien ihnen vorteilhaft zu sein, einen König zu haben. Außerdem würde durch ein Königshaus die Frage der Nachfolge immer geklärt sein. So kamen die ältesten Israels eines Tages zu Samuel und baten ihn um einen Herrscher. Für Samuel war diese Bitte ein Verrat an Gott. Das Volk wollte nicht mehr Leiter, die von Gott selbst eingesetzt waren, wie bisher, sondern einen gewählten Monarchen, dessen Familie später immer über sie herrschen sollte. Es war nicht Gottes Plan, die Sache mit dem König. Aber Gott gab der Bitte des Volkes nach und erwählte Saul. Und Samuel salbte ihn. Saul war groß und hübsch von Gestalt. Er schien sich der großen Aufgabe bewusst und am Anfang zeigte er sich noch sehr demütig. Es war ihm klar, dass er nicht wegen seiner Fähigkeiten und Vorzüge zum König gemacht worden war. Natürlich hatte Saul eine große Aufgabe vor sich und viele Probleme waren zu lösen. Das Dringendste war zunächst einmal, die Angriffe der Feinde abzuwehren. Darin hatte er großen Erfolg. Er besiegte die Eindringlinge mit seinem Bauernheer und stärkte damit die Sicherheit und das Selbstbewusstsein des Volkes. Das brachte ihm auch den Respekt und den Gehorsam seiner Untertanen. Irgendwie machten seine Erfolge und seine Position diesen Mann aber stolz und eigenmächtig und schließlich musste Gott ihn verwerfen. So kam es, dass Saul später von Eifersucht und Wahnsinn getrieben seine Aufgabe als politischer Leiter und Landesvater nicht mehr nachkommen konnte. 40 Jahre lang war Saul trotzdem auf dem Thron, aber die innenpolitische Lage, die wirtschaftliche und religiöse Situation war nicht besser geworden. Auch seine außenpolitischen Erfolge ließen nach und die militärischen Aktionen brachten keine durchschlagenden Verbesserungen mehr. Der letzte Krieg endete in einer furchtbaren Niederlage gegen die Philister, wobei Saul und sein Sohn beide den Tod fanden. Das Leben des Königs Saul war auch für ein gutes Stück mit dem Leben Davids verbunden. David war zuerst sein Feldherr und Heerführer in Sauls Diensten. Aber durch die militärischen Erfolge dieses Hirtenjungen wurde Saul eifersüchtig und krank, sodass er einen großen Teil seiner Zeit dazu verwendete, David zu bekämpfen. Darüber vernachlässigte er seine eigentliche Aufgabe als König und Staatsmann. Er verließ seinen Palast und lebte unter freiem Himmel in der Wüste, bloß um seinen persönlichen Feind zu finden und umzubringen. Saul hatte gut begonnen, aber durch seinen Stolz und seine Eifersucht und das krankhafte Verfolgen eigener Interessen, versagte er jämmerlich, war dem Volk keine Hilfe mehr und wurde von Gott verworfen. Drittens finden wir noch das Leben und das Werk Davids in den Büchern Samuels. David wurde in Bethlehem geboren und kam aus dem Stamm Judah. Er war der jüngste von acht Söhnen des Isai. Als Junge hütete er die Schafe seines Vaters. Mit dem König Saul kam er erst zusammen, als sich Israel und die Philister bekämpften und der Riese Goliath, das israelitische Heer, einschüchterte. David, der eigentlich gar kein Soldat war, besiegte den Goliath mit einer Schleuder und gewann dadurch die Aufmerksamkeit des Königs Saul. Später war David Harfenspieler am königlichen Hof und dann Heerführer des Königs im Kampf mit den Philistern. Als David ungefähr 18 Jahre alt war, wurde er von Samuel zum zukünftigen König Israels gesalbt. Das war zu der Zeit, als Saul verworfen worden war. Aber bevor David wirklich den Thron besteigen konnte, musste er noch lange warten und durch viele Demütigungen und Schwierigkeiten gehen. Besonders schwer muss es für David gewesen sein, dass Saul ihn jahrelang verfolgte. David wusste schon nicht mehr, wo und wie er sich noch vor dem wahnsinnigen König verstecken sollte. Niemals jedoch ließ David sich dazu verleiten, Saul anzugreifen. Auch in den beiden besonderen Gelegenheiten, wo er Saul leicht hätte töten können, verschonte er das Leben des Königs und Gesalbten des Herrn. David ist damit ein wunderbares Beispiel von einem Untertanen, der Respekt und Achtung vor der eingesetzten Autorität hat, auch wenn diese Autorität ungerecht und gesetzwidrig handelt. Die Haltung Davids wird von Gott belohnt. Nachdem Saul im Kampf gestorben ist, kommt das Volk und macht David zum König. In seiner Regierungszeit hat David sehr viel erreicht. Er war nicht nur ein guter Heerführer und Soldat, sondern auch ein weiser Staatsmann und Diplomat. Während seiner 40-jährigen Regierungszeit schlug er die Feinde Israels entscheidend, sodass sie nicht mehr an neue Angriffe dachten. Er befestigte die Grenzen des Landes und stärkte die Einigkeit und die Zusammengehörigkeit Israels beträchtlich und er eroberte und befestigte Jerusalem als politisches und religiöses Zentrum der Nation. Seitdem ist Jerusalem immer Königssitz und Hauptstadt des Landes gewesen, bis heute. Das Volk kam unter Davids Leitung zur Ruhe, zur Macht und zu einem gewissen Wohlstand. Und weil David ein frommer und gottesfürchtiger Mann war, nahm auch das religiöse Leben wieder Aufschwung. Das einzige Problem bei David war sein Familienleben. Scheinbar vernachlässigte er die Erziehung seiner Kinder, denn es gab später sehr ernsthafte Familienstreitigkeiten. Samuel, Saul und David sind die drei großen Gestalten in den beiden Samuel-Büchern. Das Leben dieser Männer ist miteinander verwoben und eine Geschichte greift in die andere. Samuel war der letzte Richter und Saul der erste König Israels. Mit ihm beginnt die Monarchie im Volke Gottes. David ist der Prototyp des israelitischen Königs. Auf ihm liegen besondere Verheißungen Gottes. Er ist das Vorbild aller anderen Könige, die ihm folgten. Und sogar unser Herr und Heiland Jesus Christus, der Messias, wird ein Sohn Davids genannt und ein König auf dem Thron Davids. Bei jedem der drei Männer können wir sehen, wie ihr Leben und ihr Verhältnis zu Gott ein ganzes Volk prägten und beeinflussten. Wenn wir auch keine Herrscher und Könige sind, so prägt doch auch unser Einfluss viele andere Menschen. Das sollten wir nicht vergessen. Wir beten. Himmlischer Vater, andere Menschen zu prägen und zu beeinflussen ist eine Möglichkeit, die du einem jeden von uns gegeben hast. Dafür danken wir dir und bitten dich, dass wir ein guter Einfluss sein möchten, der dich verherrlicht. Amen.